Ich bin Vivian und wir treffen gleich Enrique und hier steht er jetzt noch aus Pappe und gleich sehen wir ihn in echt. Enrique Iglesias neuer Song heißt Be With You und ist die dritte Single-Auskopplung aus seinem aktuellen Album Enrique. Damit schoss der 24-Jährige sofort auf Platz 17 der deutschen Album-Charts. Keine Frage, Enrique fährt auf absolutem Erfolgskurs. In Hamburg konnten Christina und Vivian höchstpersönlich die Goldverleihung für Enriques drittes Album miterleben. Enrique kann total geil tanzen. Ich finde er hat ganz süße Augen. Er hat eine tolle Ausstrahlung. Er macht super gute Musik. Er hat einen knackigen Hintern. Er hat einen super geilen Körper. Dann ist es soweit, Enrique kommt auf die Bühne. Das Entgegennehmen von Auszeichnungen ist für den Porsche-Fahrer fast schon Routine. Allein in den letzten vier Jahren erhielt er 251 Gold und 132 Platin-Auszeichnungen. Ein Kuss für dich. Und natürlich auch einen für dich. Für wen soll ich das denn signieren? Für Christina. Christina wird mit CH geschrieben. Ach so, entschuldige. Oh, sorry. Na ja, dann nochmal. Wie gefällt dir mein Album eigentlich? Hast du Lieblingssongs? Ja, am besten finde ich Rhythm, Die Wein und ZEis. Tatsächlich, vielen Dank. Vielen Dank. Will ich den Star höchstpersönlich kennenlernen? Enrique Iglesias ist zurzeit wieder in seiner Wahlheimat Florida. Dort bereitet er sich auf seine geplante US-Tour vor. War super geil und er war super nett. Es war richtig genial und wir sind richtig glücklich. Und das werden wir nie vergessen. Tschüss. 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 Bye.